Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch an diesem, ja bis eben gerade noch wunderschönen Junitag. Es passt aber vielleicht der Regen ein bisschen zu der Band, die heute zu Gast ist. Ihr bringt ja auch bald, wollt ihr eine CD rausbringen? Was kann man da erwarten? Ich sag mal, die CD ist das eine und live sind wir noch mal was ganz anderes. Welche Band geht's denn heute bei dir in der Soundgarage? Heute sind es Catfish aus Münster. Einen Song zu schreiben, der funktioniert, das ist eine unheimlich tiefe Befriedigung für mich als Künstler. Das ist halt so ein Antrieb, immer weiterzumachen. Ihr seid wirklich eine Band, die sich auf den Bildern immer unglaublich fröhlich, unglaublich sympathisch zeigt. Ist das so euer Charme, den ihr auch immer so ein bisschen transportieren wollt, dass ihr eine fröhliche Band seid? Und eher sicherlich. Das ist uns wichtig, dass wir auf jeden Fall dieser Art rüberkommen und nicht als traurige, melancholische, depressive Weltverbesserer. Das ist das so euer Charme, das ist das so euer Charme. Das ist das so euer Charme. Das ist das so euer Charme. It's like talking to a limestone